ja hi und willkommen mein name ist daniel p und ich bin bett mario master wir begrüßen euch zurück zu resident evil 5 ja heute mit dem letzten ja dass das letzte dlc eine verzweifelte flucht dieses mal spiele ich als jill valentine ein und er spielt als josh wir haben keine ahnung was er uns in eine verzweifelte flucht erwartet wir werden es wieder auf veteran spielen und uns mächtig blamieren also ich weiß was uns erwartet aber okay wir sind hier wieder normal jetzt hier auch freigeschaltet kris ich bin so sorry ich konnte nicht kontrollieren meine action oh mein Gott ich bin immer sicher oh verg mich Ich werde dich nicht mehr aufhören. die einzelhoffnung amerikas ja vertraust du deine partner nicht ja ich meine mir wurde gerade komisch das teil aus der brust rausgenommen und besteht völlig neben mir und so und habe jetzt blonde haare mein partner ja aber was was geschieht jetzt sie sieht ein bisschen aus wie zero sudsamos so mit den klamotten und so ja mit den haaren und weiß ich nicht ich erkenne sie bei ihnen haare captain josh do bs a west afrika bat ich habe gesagt ich habe nie gedacht dass ich die chance zu treffen zu sehen danke also was du hier machst? ich schaue mich an meine kameraden cheva und chris hast du ihn gesehen? ja sie haben beide nach wesker er ist auf einem tanker Ich sah einen Anmacher. Weißt du, wo sie hängen? Ja, aber es ist bereits verlassen. Es ist zu früh, dass du es jetzt ankommen. Es ist nie zu früh. Ich gehe zum Helikopter und ich gehe nach Sheva. Hast du noch Platz für eine andere? Es gibt immer noch Platz für eine schöne Frau. Ich glaube, du sagst das zu all den Mädchen. Nur die schönen Mädchen. Komm schon, wir gehen. Wir stehen auf Blondinen. Eine verzweifelte Flucht. Das Hafenviertel. Okay. Ich weiß nicht, was uns erwartet, aber wir werden schon irgendwie schaukeln, nicht wahr? Oh ja. Okay, ich habe eine Mg. Ich habe eine Knarre. Und erste Hilfe. Und oh mein Gott, Jill ist ganz schön schnell. Tatsächlich. Und ja, das ist ein bisschen mehr klassisch. Also, Resident Evil 5 klassisch. Ja. Nicht, weil sie eine Liebe klassisch. Das haben wir vorhin gemacht. Genau. Ja. Also, ich habe auch nur eine Mg. Ich habe sonst wirklich nichts anderes. Ich dachte, ich kann darüber spinnen. Ja. Nein. Na, na. Na, na. echt jetzt schon. Wir ins Gesicht. Ja. In die Fresse. josh schlag ich möchte die ganze zeit um die tür mehr gemacht er klingt wie hier von smg ford und hörte mir das er könne glatt smg ford sein also was werden wir eigentlich hier vor ans fast lenken können hier ist überall pistolen und by the way sie hat gesehen von der elbow drop ich habe es leider nicht gesehen ich war aber zu selten beschäftigt außerordentlich blond zu sein eigentlich wollte ich was anderes sagen aber ich werde dir nicht sagen das ist noch mehr kann er zum dicken akzent und so wie du sagst dass er könnte halt wirklich smg ford character sein wo es im g4 heute ist ja samstag ja ich weiß was das heißt ja ich habe vergessen nicht ein treffer weg vom cover ich habe auch keine heilung das schlüssel muss man normalerweise irgendwo reinstecken und ich stecke den schlüssel da kommt noch was nein nein ich bin mal kurz ein freund da gehen wir zu dem fast da hinten könnte nicht schlecht sein ja komm schon war da gerade irgendwo ein pass das sind getroffen ja und mich selber ich höre aber noch mehr leute irgendwie irgendwie habe ich gerade gar nichts irgendwie gesupplex aber auch schätzt mir bist du dir weg und dann lebt man noch da ist ein neuer der lebt noch hinter der hinter ich bin schon jetzt gerade meine suplex gesehen von hinten gegrabt einfach so nach hinten geworfen aber da war irgendwie bei mir gegritt stehen wir habe ich nichts irgendwie gedroppt geht ich werde sehen sobald ich mir das video ansehe von deiner sicht aus ich glaube josh war irgendwie pro wrestler ja ich habe es auch gemacht durch bin ich durchgegangen machen muss auch wie ein richtiger mann ich bin ja diesmal die frau von tollpunkt ich habe das gefühl dass jill wirklich schneller ist als die anderen ja habe ich auch gerade gemerkt mit dem messer auf jeden fall mikrofon typ mikrofon megafon da gibt es auch irgendwie nach wie drei von denen erledigen wenn ich bin ich kann übrigens nicht machen ja so fragt mir darum nicht ja ich glaube ich muss dir muss mir die tür aufmachen ich kann immer noch nicht aufmachen doch jetzt doch real sind SCHW hier dringer also so er steht super bad was aber da muss ich wieder hinschicken das bitte erst mal alles einsammeln ich mache das schon ist noch einer ja sehe ich und er hat dynamite in der hand aber ich glaube da kommen wir draus zum container noch erstmal verbrannt voll easy da kommt einer hochgeklettert kriegst du schon warte moment hinter dir ist einer naja ich wusste da kommt einer raus und bei mir war eine granate ich muss auch was ich bin wenn ihr mit ein zwei schlägen weg oder so ein dicker war mit dem stab hier sind so viele gegner mann das ist ein container ich komme nicht durch wenn man darunter wenn man darunter sind wir zwei ketten und wollte ich jetzt auch gar gar sagen dass ich zwei möchte mal dazu umfassen es sind wirklich zwei noch die leben alle noch der dick explodiert glaube ich muss auch nehmen wir die du aber der stot das kennen wir doch schon hatten wir die situation schon öfter gehabt ich muss ich hätte auf mich doch so von den anderen okay ich glaube da können wir ein bisschen cleverer machen warum erstmal die kleine alle ich glaube schluss sehen dass meine fässer alle da ja genau so ich glaube wir sollten wir uns aufsparen so ein haus ok das war die dinger da bitte stehen das war die stehen damit wir verbrennen können gleich kennen sägen da muss er da oben nicht auch noch hin ja das erstmal alles doch du meinen die fässer was mit dem darf rein ins feuer und er steht noch mal auf ich habe gerade den dicken davor vor deinen augen getötet und du bist einfach so lang gelaufen als wird nichts gewesen wäre renn weg einer war schon so was war jetzt schicke ich mal nach oben weil ich höre noch schon andere kennen sie ja auch ganz sagen schick mich hoch ich alleine sein ich höre noch sehen nicht ich kann ja rein ich denke ich sehe jetzt soll er gletscht ja er ist im container und er kommt da nicht runter nach der oben hatte war hatte war ja ganz gut ich habe das kühlschat von gemacht kann ich dir darüber schicken ja ich sehe nicht der versuch gerade darunter zu klettern ja weil man sie da zwei da ist noch einer drin ja und der hat oh mein gott ok kommt weiß was scheiß drauf lassen sie einfach abbauen und ich habe jetzt ein schotgewehr ist mir egal kommen lassen lassen es weitergehen weil hier steht nämlich noch so ein typ der sich nicht bewegen kann also tot das steht doch gleich wieder auf ok vielleicht sollten wir doch abauten ok gehen wir ich habe kaum noch munition ich habe mich das hier ich kann ja auch die schrothflinte geben also hier kann man anscheinend waffen geben du und ich ging die welt ja ich wollte schon sagen und ein mg auch noch also die haben wir heute an alles gedacht nach leert geschützt schießt raketen auf uns ja ich habe es gerade gesehen ich weiß nicht ich glaube ich werde in der reiche und wir müssen dann wäre es erst mal rüber er rennen der zieht die ganze zeit auf mich einfach jetzt kann er uns noch erreichen oder ein paar große geleber kommen wir nie durch diese tür wir müssen dann dieses geschützt das schießt aber auf uns ich weiß aber was schießt denn hier nicht auf uns was er erzählt noch nicht mal hier genug mich ich bin der längste und ich bin vorwärts weg ich kann nicht von hier austeilen cool ich habe mich das sehen wir haben aber keinen schaden gemacht wenn einfach wenn aber ich muss ja eine sprung her vergeben wie solche dafür machen während das wir auf uns verlassen das schlag hat super tritt aber was sicher ist dass er jetzt erst den dicken kann ich sein muss man irgendwie den typen erledigen können da hinten hatte ich glaube ich erreicht denn sogar sieht auf mich doch ist tot doch der ist tot ich habe ihn tot gemacht mit kann ich meine den typen der ganze zeit auf uns balladay dem will ich meine dinge ja ich will auch gerne eine geben ich habe den namen getroffen ich verstehe du musst mich darüber bringen da bin ich den ausschalten kann naja ich treffe denn die ganze zeit das tod ist er tot musste sich nur ein bisschen umdrehen so darum ist noch einer was doch was hat er left for dead ich muss dir muss ja aufhelfen beforderung wie der kippe unterfällt so hat man erst mal kommen jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen da hatte diesmal schied zu den arbeit kaputt so ist der tod wie viele schüsse der auf hat da ist schon mal weg er war jetzt schon mal nicht auf uns wissen du hier oben ok so als ob da ein bisschen chilliger sein nach dahinter ist auch noch einer was wolltest du noch mal sagen da ist ein neuer jetzt aber den knöpfe ich mir noch mal vor ich gehe nicht durch bisher ja bis die erledigt sind ich glaube das weg das mal angefangen jetzt ist er weg wir müssen einfach wenn man sniper gewählten hat schnell irgendwie durch wo ist der nächste rein da ist schon der nächste der irgendwie dahin gehe ich zu weit weg damit schon wieder ein nächster lang gehen da ist sehr viele leute auch schon weg sind so weg von dem teil schnell kommen rüber ja ich bin ein bisschen beieinander bleibe ja ich hatte zwei grüne kräuter ich hätte uns heilen können jetzt reicht sich so ausrüsten heilen nämlich gibt die rückendeckung vorgehen hat ding geknallt ja da ist schon mal weg aber da setzen sich immer neue leute da kommt schon der nächste x da schrotgewehr musik und nimmst mit man erwartet kann gar nicht so leiden da geht jetzt weg ich bald hat gegen die anzeit in die augen da kommt schon wieder der nächste wir wollen sich alle daran setzen dass ihr leiter darunter gesprungen ich habe richtig von dir aus nicht da weg finger weg nein weg aus ok aber den abbleibt da wurde ok besser mit die jetzt sie doch einen guten versuch aus hammer schlag das nicht pokémon hammer arm hammer arm wenn dann mg munition gleich geht keiner mehr dran das weg da muss eine dicke dicke wo sind der wo sind der wo sei wo sei ich meine ganze zeit zu bleiben wo ist eine dicke typ der hat mir eine übergezogen magnum munition neue machen wo hier kommen wir da wo ist keiner dran wo ist eine dicke ich wollte gar nicht recht das ist so stylisch warte mal hinter der weg und ich muss sich darüber schicken denke ich mal na gut machen wir machen irgendwas oder irgendwie so keine ahnung hinter mir da weg finger weg ok da wird sich abhören man kann ich von da ach du musst die tür ja für mich aufmachen glaube ich ja weil hier schon auf was warum ist die schon offen also nicht man auch wer weiß soll es irgendwas hier auf uns gerade ja ich bin auch am hängen konntest du nicht drücken mich kommt bei mir drücken ich konnte nichts machen doch mal wahrscheinlich schon tot war es ne auch kaum schon nicht schon weder jetzt jetzt fängt es langsam zu nerven so so nein doch ich habe ihn einfach den kopf weggetreten wäre viel einfacher wenn man sniper gewählt ne ja dann sind wir alle mit einem schlafen weg wo ich w w w w w w w da ist immer noch jemand an dem geschützt kriegst du den auf mich ich bin gerade ich habe auch nichts gemacht aber ich habe auch irgendwie in geheimen gang gefunden da war eine wand vor und da habe ich einfach gerade hingeworfen da ist hier können wir den nicht irgendwie dazu benutzen die dinge kaputt zu machen in augen gesucht fällen so verdächtig aussehen oder jahre warte mal doch immer hier hin vielleicht kann der tor für uns aufmachen steht ja drauf alter ist mir einfach umgefallen ja weil ich auch getroffen wurde die märkte gar nicht geschossen naja ich glaube ich glaube ich wäre auch irgendwie zu einfach ich habe dann aber getroffen naja ich glaube er ist tot der stadt bewegt nur ein aber das ist gar nicht so einfach ich bin auch jetzt langsam ein bisschen genervt davon heute kann man ja auch noch in sich gerade wohin wenn jetzt irgendwo ein sniper gewesen ist der spray was erstmal die frage bist du da rüber gekommen kommst du da rüber springen ja ist euch doch endlich mal ihr seid so nervig geht weg aber er ist ja aber nicht und zwar erst der für sprays ich werde ich habe ich habe mich voll aufgegriffen jetzt irgendwie ein sniper gewährt oder so gewartet hätte ich habe mich da getroffen da kann gar nicht so weit nach oben schießen alle betrifft mich in der ganze zeit ja ich kann mir in der person nicht snipen das ist nicht möglich ist es nicht im raum des machtbaren ich habe schon wieder nächstes jemand voll nachrücken heute mit dem nächsten platte dahin kommt aber ich kann nicht so ja noch mal muss ja auch noch laden der schlimm ich glaube das bringt irgendwie besser wenn wir irgendwie einfach so durch waschen hier war trocken hat er glaube ich habe eine grenate geworfen du glaubst da kommt keiner mehr hoffentlich als vorsichtig hier hinter ist auf jeden fall was war meine nähe ich bin so gut wie tot aber du glaubst da mal ob die türe offen ist tatsächlich offen gibt es einfach nicht dann kommen wir erst mal wieder zurück wir sollten noch zusammenbleiben bitte erst mal 2 das soll lieber da unten lang gehen sind wir noch nicht getrennt ich will mich irgendwie sicherer film wenn ich wüsste wo der dick ist oder oben ist schon wieder einer aber da ist der dicke da ist der dicke 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 zurück wir sind noch besser und also was der ding da oben ja nein nein wir kommen wir gehen es einfach nein ich muss noch an nein das war darunter aber weiter ich kenne einen kontrollpunkt oder irgendwie so hat aber weiter einfach weiter ich bin kontrollpunkt oder irgendwie was ja da sind ein paar leute aus dem weg wo jetzt sagen ich kann ich auch wenn ich hoch schicken da oben gott ich könnte die leiter da hoch bitte schießt nicht auf mich hat aber kein schaden gemacht da muss ich jetzt hier machen gar nichts aber sterben moment da ist was ich weiß nicht wo du bist er schafft nicht weißt du mal was ich gerade gefunden habe und sniper wer habe ich gesehen ja komm schon da wäre jetzt einfach durch oder sagen wir jetzt hier neuer plan ich wollte jetzt mal idee zwei erste hilfe länger dann haben wir einfach da unten lang okay guter plan cool darum konnte irgendwie eine tür eröffnen zusammen ja also da wo ich war ja und ich glaube damit kommen wir auch zu diesem geschütz ja also dass man dahin gehen das war ganz schnell so ich habe erst hilfe kann man schon heilen irgendwie das war ganz schnell wenn ein brenn wenn ein brenn einfach nur gehen nach hause und eine pause habe nach hause und eine pause habe noch aus nein nein da unter und runter 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 jetzt bin ich meine nähe aus der weg durch ja leider hoch nein nein da ist der dicke dick hinter dir einfach weiter gehen also weiter gehen immer weiter geht immer weiter gehen hier gibt es nicht zu sehen kommt komm 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 hallo mister weg vom geschütz ja jetzt will ich jetzt wollen wir mal da kommen welche und ich habe nicht mehr so viel munition ich weiß nicht ob ich den da erwischt habe ich glaube ja also ich komme mich um die leute hier da ist er untergefallen der dicke ist nicht hier jetzt auch wenn jetzt ist mir dahin wieder zurück kommt da ist er schon mal gut so oder dahinten ist schon wieder schnapp ich mir er ist weg ich mach mal die wand kaputt noch weiß ob man der kaputt machen kann ich tue mich hier ein bisschen aus ich glaube ich nichts mehr da steht schon wieder einer dran nein bedeutet nein wie habe ich denn nicht getroffen hier sind wir cool aber wie cool ich habe gehört hier gibt es ein sniper gewerven ja bist du hat schrotflinten gewehr haben ja gibt mir die schrotflinte da kann ich dann hat sniper gewerrn nehmen ja klar okay und das kannst du auch haben gegen den felsen boxen ja ja da gibt es ja auch noch war das dicke ja aber wir müssen wissen es nicht von vorn anfangen ich weiß nicht warum ich so nah an den angegangen ist ich glaube er ist tot ausgezeichnet hast du doch irgendwie heilung habe ich sogar tatsächlich das ist mein name ich heran damit ich mich nicht wieder selber hell lade nach aber ich kann gar nicht da hoch ja ich muss das gewehr holen dann gehen wir da hoch ja das ist euer fucking ernst na nur ich hatte eine alles klar egal dass mich auch mal mein spaß haben mit dem teil okay man kann ich jetzt überhaupt noch was am leben jetzt da hinten noch mal stein und also mal kaputt so die frage ist jetzt ist der dick jetzt noch am leben immer noch oder ist jetzt auch weg ich komme gar nicht so hoch ja das ist in so einem winkel ne ja ja glaube ich glaube ich glaube ja jetzt habe ich den perfekten winkel getroffen ich nehme die jetzt in dauerfeuer ja die denken nicht mehr daran da irgendwie rein zu gehen oder dick gelebt noch ich glaube sprung tritt ich habe ein schruggewehr noch warte war arbeiten wir den erfahrt da ist noch einer raketenwerfer da war ich dafür du bist getroffen das ist ja immer noch einer in diesem scheiß geschützt rechts ach da lebt noch leute ich dachte ich hatte muss er neue runden liegen kraut irgendwie ist der dicke abgezogen jetzt noch im leben aber der sinkt die abgehauen hat kein bock mehr gehabt das ist so nein jetzt wenig mehr jetzt gehe ich weg also ich habe keine politik mehr aber warte ich gebe das grüne kraut gibt mir das grüne kraut jetzt auf sagt er einfach super trade der frott das grüne kraut ausgezeichnet jetzt kannst du die schrugfinde geben aber auch ein ort ja 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 warte ja na bei den felsbocken getroffen dann war da hoch nämlich an macht den super schlag ich würde mal die anderen leiter hoch damit ich nicht nur sehen kann und ich habe schon wieder wie einer mit raketwerfer schießt ja ich sein warum da oben ist auch noch einer dynamit wirft ich habe von oben kommen gleich ein paar runter gesprungen einer kommt zu dir muss er denn da machen alleine ich weiß es nicht oh gott hier sind eine menge leute bei mir ich muss abhauen sie irgendwie im weg frei machen oder so ich weiß nicht wissen so ich sehe ich gar nicht außer weg bei mir sind eine menge leute gerade alle vom himmel geregnet ach so scheiße ist noch so dicker dicker ich kann ja leider nicht helfen wenn er gerade selber weg also geht man auch langsam aus ehrlich und turmfrisur auch noch mit frisur ich glaube ich habe nicht den neuen schuss dafür reichen okay ich weiß nicht was der dicke dicke aber wenn bei mir macht oder ich habe ich habe keine mozeln doch jetzt habe ich gedacht ach warte ich bin auch blöd der tor ist jetzt offen ja wir haben dort aufgeschossen wenn kann ich ja durch rennen ich habe schon gefragt wie soll ich denn jetzt hier rüber kommen die ganze zeit hier sind noch mit so uns der hoffentlich ich komme ich komme wir entspannen tapeten wechsel wissen wir sind ja so schnell hingekommen und dicker ist er der dicke dicke und dicker sumo wrestler auah wo wisten du irgendwo oben aber der dicke dicke ist down ich muss ja runterspringen jetzt werde ich gestorben ich brauche heilung ich brauche alles ich komme jetzt runter so also alter was ist denn hier los na da bist du ich sehe dich mal wieder na da muss man dazu im geschütz gehen hatte erst mal richtig und nämlich immer wieder heim suchen so warte moment der nächste so holt sie dir du hast doch noch was soll im kämen position gibt die bier ich muss mich hier die ganze karte mit einem dicken 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 umschlagen einer weg zwei weg hier sind ganz viele min nicht so weit von mir weg ich habe ich zu viel ap da habe ich gerade im felsen kaputt gemacht jeder rein aha wo verbrauchen wir dir denn keine ahnung nehmen sie mit ja wenn wir so viele mien kriegen das verdächtig ja noch nicht mal so weit weg von mir da unten war irgendwo eine tür lieber auftreten konnten glaube ich da unten ja du hast maschinengewehr der munition uns kommen wir herunter hier macht das ding auf so eine erleichterung ist man da sehe ich schon dicken 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 sommer ist der ist da noch im fenster der ist noch im raum drin da ist jemand an dem geschütz auch mein gott warte wo schnapp ich mir ich werde nicht sagen dass das hier echt stressig ist aber meine presse ist es gerade extrem stressig ich weiß gar nicht wie lange hat hier noch geht es gesagt ich bin da unten du willst du hast geschützt dran wie langsam der sich gedreht hat der dicke megafall ich sehe doch was da kommt da kommt ein dicker 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 und noch so einer ok der ist weg die frage ist was machen wir mit dem ich muss nachladen oder nehmen der ist down nein ja da ist